Okay, ich bin ganz einfach der Meinung, dass die Leute, die hier wohnen, leben, schaffen, steil und bezüllen, die hier kann, erzählen, dass die auch sollen Trächtkrieg für Matze desiderieren, dass sie sollen Trächtkrieg für Matze an der Politik Matze machen, für zumindest dort aktiv ein Wahlrecht zu kreieren, dass sie keine Politik beabschlossen, schließlich Lebesuche, schließlich, sie sind bei der ist hier eine hänge Gesellschaft. Und ich möchte gerne sagen, dass das für die Kohäsion sozial wichtig wäre, dass das so geschieht. Einerfalls riskieren wir an diesem Land, nachschüss, die Politik zu machen für eine gewisse Kategorie für Leute. Und ich möchte einfach, dass das schön wäre und dass das doch ein Luxus aus dem wir, an dem sie nicht mehr können leichten. Das Land muss neue Weh erfahnen, das Land muss mehr innovativ sein. Und es ist einfach nicht mehr schön, wenn wir ein Teilchen von der Population aus dem Denkprozess, ein neues Gestaltungsprozess und das im Land Reis gingen haben. Dafür meine ich einfach, dass das muss geschehen. Und war Menschen so schnell wie Menschen.